Hallo, ich bin die Gabriele. Ihr kennt mich vielleicht vom Studio Berheim und Wörth und wir machen heute ein statisches Training, ein sogenanntes isometrisches Training. Wir machen uns ein bisschen warm für die Muskulatur und die Gelenke zu schmieren, ganz kurz, ein bisschen Schulter kreisen, ein bisschen mit den Knien, Vieren dazu und auch nach vorne mit den Schultern. Noch vier, drei und fertig. Und Arme und Knie anheben, ausatmen. Noch acht, die letzte vier, drei, zwei und die letzte Übung zum Aufwärmen. Knie und Ehrbogen zusammenführen. Nur acht Mal. Und noch sechs. Und noch vier. Drei, zwei und fertig. Gut. Jetzt für die nächste vier Übungen brauchen wir ein Tuch. Also, nehmt dein Tuch. Arme nach oben ausstecken und zieht das Tuch mit voller Kraft auseinander. Lass das Tuch zerriss. Und halten wir. 30 Sekunden lang. Alle Muskeln anspannen. Mach kein Hohlkreuz, ja, das ist falsch. Schön stehen bleiben. Und ziehen. Noch ein bisschen. Mit voller Kraft. Ich möchte deine Muskeln ziehen. Hier, Schultermuskeln. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Noch fünf. Vier. Noch drei. Zwei. Und fertig. Einmal ein bisschen. Ziehen. Und die nächste Übung. Ein Arm ist oben. Andere ist unten. Und ziehen wir wieder das Tuch auseinander. Tief einatmen. Ausatmen. Und ziehen. Mit voller Kraft. Ziehen. Immer noch. Vorsicht. Nicht diese Position. Immer noch schön stabil bleiben. Und ziehen. Wir haben noch zehn Sekunden. Immer noch ziehen. Immer noch durchhalten. Die letzte fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und jetzt fertig. Wieder ein bisschen. Lockern die Schultermuskeln. Und wechseln. Noch die andere Seite. Die gleiche Übung. Nur andere Hand oben. Und untere Hand hier am Po. Und jetzt ziehen. Ziehen. Halten. Mach mit voller Kraft. Wenn dein Tuch zerriss. Das ist nicht schlimm. Immer noch die letzte zehn Sekunden. Halten. Hach dein Äuglein zu. Denk von etwas Schönes. Und noch fünf. Vier. Noch drei. Und fertig. Sehr gut. Und die letzte Übung mit dem Tuch. Jetzt. Der Distanz ist kurz. Irrbogen zeigen nach außen. Irrbogen, Schulter und Handgelenk in einer Linie. Hier halten. Und wieder das Tuch ziehen. Mit voller Kraft. Wieder 30 Sekunden lang. Zieht. Immer noch. Vorsicht. Nicht so. In einer Linie. Auf das Handgelenk achten. Auch nicht so kippen. Zieht noch. Wir sind gleich fertig. Ich schwitze von. Ich hoffe ihr auch. Noch vier. Drei. Zwei. Und fertig. Sehr gut. Bisschen Schulter kreisen. Kurz lockern. Gut. Und jetzt kommen die oberschöntemuskeln. Wenn du auch eine Wand hinter dir hast. Dann geh zur Wand. Die Füße ein bisschen weg von der Wand. Wenn du keine Wand hast. Dann bleib stehend. Und geh einfach zum Hocken. Das ist falsch. Felsen auf dem Boden. Knie über die Füße und halten. Wenn du beim Wand bist. Das Gleiche. Kannst du ein bisschen oben. Oder unten. Oder noch tiefer. Was dir bequem ist. Aber nicht zu bequem. Du musst ein bisschen schmerzen. Und jetzt. Ab jetzt. 30 Sekunden lang. Halten. Komm. Etwas mal noch. Fendje. Musik hören. Etwas schönes denken. Bis das brennt. Wir sind bald fertig. Noch die letzte. 10 Sekunden. Geh noch ein bisschen tiefer. Die letzte 5. Noch vier. Noch drei. Zwei. Und jetzt. Fertig. Sehr gut. Das kannst du länger machen. Oder dann müssen schon profibisch. Das kannst du mit einem Bein auch machen. Aber das machen wir heute jetzt nicht. So. Nächste Übung. Große Schritte. Ein Knie beugen. Wieder über den Fuß. Kannst du oben bleiben. Oder ein bisschen tiefer gehen. Und jetzt halten. 30 Sekunden lang. Halten. Immer noch halten. Vorsicht. Nicht so nach vorne. Schön stabil halten. Bankmuskeln anspannen. Oberschenkelmuskeln brennen. Hoffig. Und noch die letzte. 5, 4, 3, noch 2. Fertig. Und du kommst sofort in eine waage Position. Halten. Du kannst die Arme nach vorne ausstecken. Und halten. Und halten. Ich mach mein Arme weg, weil ich doze die Arme nachgleichen. Ihr macht weiter. Noch ein bisschen. Noch 10. 9. 8. 4, 3. Noch 6. 4. 3. 2. 1. 2. 4. 5. 4. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 16. und heute machen wir das ohne Geräte, ohne Gewicht im Fitnessstudio kannst du mit Gewicht machen oder andere Übungen mit Gewicht machen aber das ist das reicht für uns noch 4, 3, 2 kommt hoch und sofort eine schöne waage Position halten einatmen ausatmen und noch halten Fuß weiter noch 10 und noch 5 4, 3 2 und fertig Fuß sehr gut ein bisschen Atme, Beine ausschüttern fühlen und die Schuhe kreisen hoch jetzt gehen wir auf die Matte Lederstütz Position und wir machen ein High Plank also Hände sind unter der Schulter Beine ausstrecken und diese Plank Position halten Vorsicht, nicht das Beuch reinhängen halten ein bisschen wie ein Brett Kopf auch nicht hängen lassen dein Kopf ist circa 5, 6 Kilo das ist nicht gut für die Häuswirbel nur halten noch ein bisschen noch 5 letzte 4 3 2 und jetzt fertig auf die Felsen kurz dehnen Katzen bücken und wir machen das nochmal aber ein bisschen schwieriger wieder High Plank Lederstütz Position und ein Bein anheben und halten 30 Sekunden lang nur halten Hände sind unten die Schultern das Bein ist schön ausgestreckt nicht so hoch nur in Hüfthöhe und weiter noch noch ein bisschen noch 10 und 5 und fertig sehr gut bisschen die Hohngelenke lockern Schulter kreisen und jetzt kommt noch das andere Bein gut, die gleiche Position wir sind Widerstütz Position und das andere Bein anheben und halten halten Kopf nicht hängen Brüchlein auch nicht hängen und die langste 10 noch 4 3 2 und fertig sehr gut Schulter kreisen Handgelenke lockern und dann bleiben wir sitzen ein Knie zu uns ziehen vorsichtig nicht so komisch sitzen wir sind ganz schön stolz und das Bein was ausgestreckt ist anheben kommen auch so oder so und halten das Bein ist ausgestreckt und nur halten 30 Sekunden lang ungefähr immer noch die Schulter sind locker also nicht so kreifen noch ein bisschen halten noch 5 noch 4 3 und fertig super die Beine ein bisschen ausschütteln und jetzt kommt das andere Bein andere Skritte und ziehen anfassen das ausgestreckte Bein anheben du kannst auch über den Boden oder ein bisschen oben oder noch oben zuck dir aus wo ein bisschen anstrengend ist und halten immer noch halten Schulter ist locker kannst du die Hände hier näher oder so wichtig dass das Bein in der Luft ist und nach 10 nach 5 und jetzt fertig sehr gut ein bisschen die Beine ausschütteln und dann wieder auf der Matte vorher haben wir ein Heitplan jetzt machen wir ein Lowplan das ist das gleiche nur auf dem Unterarm Beine ausstecken Beine ausstecken Position haben das ist falsch das ist auch falsch jo ein bisschen wie ein Brett und halten 30 Sekunden lang wenn ich das richtig weiß das Weltrakord ist 8 Stunden oder 11 also das müssen wir nicht machen nur diese 30 Sekunden das reicht und noch 10 Bauchmuskeln anspornen noch 4 und jetzt fertig sehr gut und Schulterkreise füllen wir haben nochmal diese Lowplan Position aber wir ziehen ein Knie seitlich zu uns so wie ein Spiderman das ist ein Spiderman Plan Arme Knie Arme Spiderman muss in dieser Position Stunden an der Wand hängen und du musst nur 30 Sekunden oder nur 15 ok wir sind gleich fertig Po nicht nach oben hier unten 5 und fertig sehr gut ein bisschen Schulter lockern und natürlich mit dem anderen Bein auch Spiderman Plan kommen auch hier oben aber wir sind jetzt im Lopen also ich gucke die Uhr und halten anderes Knie ist reichlich zu dir halten noch ein bisschen einatmen ausatmen weiter noch 4 4 ist gut 3 2 und jetzt fertig ein bisschen alles lockern sehr gut und jetzt legen wir uns auf das Burchlein und wenn wir schon beim hierauf sind vorher war der Spiderman dann machen wir jetzt der Superman ja so Bauchlage wenn du möchtest Kopf darf unten bleiben aber kannst du den Kopf auch anheben eine Beine ausstrecken und halten halten ungefähr 30 Sekunden lang noch 5 und dann noch 5 noch 10 noch 10 und die letzte 5 4 3 2 und jetzt fertig sehr gut super wir haben noch eine Übung für den Rücken und für den Po die Arme sind jetzt neben dir auf dem Boden nicht am Körper ein bisschen seizig und Handfläche sind auf dem Boden drück die Hände bewusst zum Boden dass hier alle Muskeln angespannt sind und heb dann ein Bein hoch hier die Hüfte ist unter also das muss nicht in die Luft hier halten drück die Hände bewusst zum Boden und das Bein halten noch weiter noch 20 noch 10 und die letzte 5 4 3 2 und runter sehr gut ein bisschen die Hände ausschüttern und jetzt kommt das andere Bein wieder die Hände bewusst zum Boden drücken also nicht so locker bewusst drücken und anderes Bein anheben drück die Hände bewusst zum Boden das Bein ganz hoch bis Hüfte unten bleibt und halten nur mit Po-Muskeln und hier arbeiten die Rückenmuskeln noch 15 und 10 und 10 und 10 und 10 und 10 und die letzte 5 4 3 2 und runter sehr schön wieder ein bisschen locker und jetzt kommt die letzte Variante von dieser Übung immer noch diese Position beide meine Beine so anheben aber wenn ich die Hände noch zum Boden drücke die kommen noch ein bisschen höher und in dieser Position halten normalerweise ein bisschen höher und ein bisschen jetzt ganz oben drück die Hände bewusst zum Boden hier alle Muskeln anspannen und drücken noch ein bisschen halten noch ein bisschen die letzte 10 noch 5 noch 5 noch 5 2 und jetzt fertig sehr gut und auf die Fersen einmal die Rückenmuskeln dehnen einmal lass dich ein bisschen hier durchhängen noch einmal dehnen noch einmal dehnen gut und jetzt noch einmal dehnen noch einmal dehnen legen wir uns auf den Rücken hier Rückenlage und gib dein Becken nach vorne das Becken anheben wie eine schöne Brücke halten Vorsicht keine Hängebrücke hier eine schöne stabile Brücke halten und ein Bein nach oben ausdrücken und halten und halten ungefähr 30 Sekunden lang weiter und noch 5 10 und 10 und letzte 5 4 3 2 2 immer noch hier bleiben und das gleiche Bein hier über den Boden und immer noch halten das ist die letzte 30 Sekunde weiter wir sind nicht auf den Boden guck mal hier ist alles in der Luft halten noch 15 10 und 9 und die letzte 5 4 3 2 und jetzt runter sehr gut ein bisschen die Knie zu dir ziehen einmal die Muskulatur locken einmal die Muskulatur locken und noch die andere Seite also Becken vorkippen Hüfte anheben eine schöne Brücke bauen und das andere Bein nach oben ausstrecken 30 Sekunden halten weiter 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 die Hälfte ist schon vorbei und noch 10 4 3 2 hoch halten noch das Bein hier über den Boden und halten 30 Sekunden noch 20 und jetzt noch 10 und 5 4 3 2 1 und das Becken wirbe für wirbe runter ein bisschen die Knie zu dir ziehen die Beine ausschütten gut und da rollen wir auf wir sind hier sitzen lass dein Oberkörper ein bisschen nach hinten dein Rücken ist rund nicht kerzengerade rund und halten 30 Sekunden lang halten immer noch die Schulter sind locker noch 10 und 10 5 und 5 und 5 bleib zurück bleib hier nimm ein Bein gebeugt zu dir wir sind immer noch hier 2 nach hinten halten ungefähr 30 Sekunden lang 5 die Hälfte ist schon vorbei und noch 10 und 5 4 3 nach hinten das Bein zurück das Bein und das andere Bein immer noch in dieser Qualität weiter noch ein bisschen 5 5 10 und 10 das machst du toll noch ein bisschen die letzte Kraft einmal tief durchatmen und beide Beine in dieser Position beide und und 5 und 25 und und noch die letzte 10 und und 5 4 3 2 2 und 5 und ein bisschen die Schulter kreisen sehr gut 1 ausstrecken ein bisschen lockern ganz kurz ein Kniezug zum Po ziehen das Knie ein bisschen nach hinten führen Oberschenkelmuskulatur dehnen und noch die andere Seite und zurück in die Mitte einmal die Schulter rausgehen und Rezept und andere Seite Schulter und 13 noch zweimal Schulter kreisen und ein letztes Mal tief einatmen und ausatmen und das war's ich hoffe dass ihr Spaß gehabt habt und wir sehen uns nächstes Mal Tschüss und das 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 ist Vielen Dank.